Ganz glasklar Kaffee, überhaupt gar keine Frage bei mir. Schlechtes Thema, je später je lieber aufstehen. Weder noch, sondern Samba, aber dann mit Butter. Sommer, ich liebe die Wärme. Ich selber ganz glasklar rechtzeitig, immer schon gewesen, immer von vornherein, ganz klar. Ich habe einen 13 Jahre alten Gold-Receiver, also gut, ganz klar. Darf ich jetzt gar nicht sagen, werde ich jetzt verachtet. Schnulzenfilme. Sehr gut. Kommen Sie in meine Vorlesung, da erkläre ich es absolut im Detail.